Ja, es ist mal wieder Weihnachten und aus diesem Grund begrüße ich dich ganz herzlich zu meinem alljährlichen Weihnachts-Special. Ja, wie vor dem Intro schon angekündigt, heute mal wieder Weihnachts-Special, denn 24. Dezember und heute Abend Geschenke und juhui! Okay, das war ein bisschen komisch. Ja, wie gesagt, los geht's mit dem Weihnachts-Special. Wir schalten mal auf den Screen und du siehst schon mal links und rechts Reifen. Liegt daran, das Ganze hier ist ein Flash-Game. Ist noch besser als wir die letzten zwei Jahre mit Christmas Shopping Simulator und dem Christmas Shopping Simulator Black Friday. Wer Lust hat, einfach mal auf dem Kanal danach suchen waren die Weihnachts-Special der letzten zwei Jahre. Und ja, ich würde sagen, los geht's! Heute auch aus dem Grund, weil das Ganze hier ein Klickspiel ist. Oben, unten, links, rechts, je nachdem die Maus-Cam. Nicht Tastatur, sondern Maus-Cam einmal hier. Okay. Das habe ich auch mit auf die Ding legen. Schon mal auf die Fahne geklickt, denn damit starten wir das ganze Spiel. Ja! Das Spiel ist eigentlich ein richtiges Click-and-Point-Spiel. Ganz kurz, ich mache euch die Maus mal ganz kurz ein bisschen größer. Linke Maus, das ist der rechte Maus, das kennt ihr. Ich habe hier an der Maus hier den roten Button. Der klickt dreimal in schneller Reihenfolge. Denn das einzige, was wir bei der Film machen müssen, hier klicken. Wir gehen mal einkaufen. Wenn ich zum Beispiel hier klick, ich höre das dreimal. Ich würde sagen, wir gehen mal einkaufen. Oben links steht auch, wie viele Gifts, also Geschenke wir schon gekauft haben. Okay, da hat er gerade Donald Trump gekauft. Ich glaube nicht, ob man den zu Weihnachten haben will. Und wenn wir hier drauf klicken, kriegen wir jetzt einmal einen Sound, das knallt und können Presence machen und Rapping-Faber. So, sagen wir mal 55 Presets bei 100 Presets, also Presence, nicht Presets, Presence. Also Geschenke gibt es einen Autoklicker. Okay. Let's go! Das können wir gut. Also was er da kauft, ich weiß nicht, ob man das zu Weihnachten haben möchte. Ich weiß nicht, ob er die Maus im Hintergrund überhaupt hört. Wenn ja, tut es mir leid. So, wir haben wieder 98, machen wir so, 90 Geschenke. Machen wir hier wieder ein bisschen Party. Versuche auf jeden Fall, ob ich das Ganze herunterlegen kann. So, jetzt haben wir hier 143 Presence. Jetzt kann ich hier Autoklicker. Oh, der geht aber ab. Ihr seht ihr hier am Auskrieg, ich mache nichts. Oh, ich habe hier einen schönen Schatten. Kann auch mal wiegen. Hallo. Die hat zur Zeit einen relativ großen Zoom-Faktor drum, weil die steht hinter der Tastatur. Also, die Musik ist auf jeden Fall gut. Ich hoffe, ich darf die verwenden, ansonsten gibt es wahrscheinlich direkt mal einen Strike. Und ich würde sagen, ich lasse das mal auf Wiederschauen. Ich habe es mal ein bisschen laufen lassen, hier mit dem Autoklicker. Darf ihr seht, ich klicke hier nicht, ich muss nur hinzeigen. Also würde ich sagen, machen wir mal ein paar Geschenke. Okay, das sind so die Momente, wo ihr denkt, wieso mache ich eigentlich keine Facecam? Party, auf jeden Fall. Aber das geht so richtig. So, was kann ich jetzt noch? Nichts mehr. Gut, wie gesagt, nur die Mocke im Hintergrund, die ist einigermaßen gut. Die ist fetzig. Kann ich euch ja unten mal, wenn ich es... Ne, kann ich mich gar nicht verlinken. Ist nämlich meine, darf ich wahrscheinlich nicht verlinken. Gut, ich würde allerdings sagen, ist Weihnachten, wir haben eh keine Zeit. Aus dem Grund, machen wir hier mal den Autoklicker wieder aus. Kann ich hier wieder drauf zeigen, ohne dass groß was passiert. Und dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Frohe Weihnachten. Wie gesagt, ab morgen dann jeden Tag ein Video auf dem Kanal. Und aus dem Grund, bis morgen und tschüss. Aber die Mucke ist geil. Weißt du was, die lasse ich dir während dem Auto laufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.